Ja, fühlt es Leute. Herzlich willkommen. Oh yeah. War Macho Man in der WWF? Ich weiß es nicht. Wie oder was? Ob Macho Man in der WWF war, ich weiß es nicht. Ich bin in der Wrestling-Lore nicht mehr so drin. Da bist du generell anscheinend auch ein größerer Experte als ich. Hast du es früher nie geguckt? Ich habe viel geguckt, aber... Doch, das ist ja jetzt so... Hulk Hogan, Undertaker und Co. Hulk Hogan, da waren wir eigentlich schon fast noch zu jung für. Hulk Hogan? Der war schon fast weg, als wir, glaube ich, angefangen... Also als ich zumindest angefangen habe, Wrestling zu gucken. Ja, was heißt, ich glaube, ich war... Wie alt war ich der? 8 oder 9? Da war Hulk Hogan gerade... Oder nein, 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 stimmt. Nein, nein. Der war bloß nicht mehr in der WWF. Der hat ja irgendwie... Gab es da ja Probleme? Ich weiß nicht, ob das damals gestellt war oder wirklich so war. Aber der ist dann aus der WWF, glaube ich, rausgeflogen und ist dann in die NWO gegangen damals. Diese andere Liga, die New World Order. Ah, ja, welche Probleme? Ich weiß nur, er war ja ursprünglich so als Willen doch installiert und ist dann ja so beliebt geworden, dass er über alle Köpfe hinausgewachsen ist und dann... Ja, aber wie dem auch sei, was wir jetzt machen, ist uns dieses WWF-Spiel, dieses unglaublich untypische... Also das Geile ist ja wirklich, das kommt genau aus der Zeit, wo ich eigentlich, glaube ich, noch wirklich Wrestling geguckt habe. So Ende der 90er, Anfang der 2000er. Aber wir waren halt alle immer eher die NWO-Typen. Da waren die cooleren halt. Ah, okay. So was wie Ray Mysterio Jr., so ein Luchadore-Typ mit Moskau aus Mexiko. Ah, ich bin der Spieler 1. Ich werde mal gucken, was ich hier alles machen kann und zwar den Start-Button finden. Ja, sieht doch schon mal geil aus. Mega. Und der... Ja, genau, also Dreamcast hast du ja gesagt, hast du noch nie gespielt. Ich habe sie damals nachgekauft vor 10, 11 Jahren, um Shenmue und sowas nachzuspielen. Aber habe die Spiel auch noch nie gespielt. Ich war mein Leben lang nie ein Sega-Typ. Das war immer ganz was komisches, wenn man zu Freunden gegangen ist, die einen Mega-Drive hatten oder sowas. Und da hat man dann halt irgendwie... Weiß ich nicht, ich fand da auch die Spiele meistens nicht so cool. Ich bin nicht so der Sonic-Fan. Das tut mir leid, aber guck mal ein bisschen kurz. Hi, sexy. Ich baut es erstmal an, aber es geht weiter, ja. Ich fand auch Sonic immer nicht so cool, wie ich gerade schon sagte. Also der... Weiß ich nicht. Ich fand immer schon, dass er zu sehr darauf gemacht war, auch cool zu sein, irgendwie. Erste weiter. Nee, ich möchte jetzt gerne wissen, wie dein Name war. Der. Ich dachte, derp. Jetzt, Kinder bitte Ohren zu halten, das ist nicht mehr jugendfrei. Ich habe gerade einfach meine kreative Ader angegraben. Der Ficker ist damals... Oh nein, der Fick-Hex. Ich bin der Fick-Hex, okay. Ach, damit die Kommentatoren was sagen können. Mrs. Payne. Miss Payne, ja. Der Fick-Hex, alias The Judge. Oder Stick-Boy. Ja, Stick-Boy passt auch. Ja, perfekt. Das macht schon unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, dass ich als letztes auf Create drücken muss und gehe jetzt erstmal weiter durchs Menü. Attributes. Ich glaube, du kannst jetzt welche wegnehmen erst und dann wieder draufpacken irgendwo. Das ist doch Bullshit! Und... Wisst ihr, was ich brauche? Der braucht den Charisma. Ich brauche niemanden, der mit 3U wird. Recovery brauche ich nicht, weil ich nie getroffen werde. Mad Skills mit D. Nein, das wäre... Ach, die Mad Skills. Ich wollte gerade schon sagen. Was sind das denn für Toten? Die Mad Skills werden ausgepackt, ja. Also, der Ficker hat natürlich krasse... Mad Skills. Toughness ist auch noch hoch. Nicht zu schnell, weil der ist ja ein langsamer Ficker. Ja, auf jeden Fall. Moves. Too sexy. Das ist doch schon mal mein erster Move. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Ach, das musst du ja auch nicht machen. Ich bin ja nur um das Aussicht. Ich bin ja direkt zurück. Christian. Personality. Da brauchst du nicht. Einen Theme-Song kannst du dir noch aussuchen vielleicht. Ja, das ist natürlich noch ungehörig. Nein. Nein. Leute, es tut mir so leid. Ah, er hat es gespeichert. Echt? Geiles Spiel. Geiles Spiel. Ja, die Dreamcast war ja immer seiner Zeit voraus. Hat er gerade noch gesagt und so ist es. So, jetzt aber. Personality, Fighting-Style, Theme-Song. So. Oh, Custom. Da kannst du vielleicht was von der CD dann runterladen. Geil. Boah, das Laufwerk von deinem Ding, das ist aber echt, das kotzt dir ziemlich aus dem letzten Loch. Ja, muss ich mitleben. Mein Run-In-Partner ist Stone Cold, okay? Und Memory Card, kann ich den darauf speichern? Jetzt wird es aber pervers. Ich speichere ihn auf meiner Karte. Ja, als. A-A. A-A, ja. End. Man kann nicht auf Start drücken, man muss auf End gehen. Vielleicht funktioniert der Knopf auch nur wieder nicht. Aber bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, wo du das aussehen ändern kannst. Äh, wahrscheinlich ganz oben bei Create oder so noch. Ach so, ich dachte, das wäre die Überschrift gewesen. So, jetzt wird Jan, das bin ich hier. Hier sind übrigens Philipp und Jan. Das haben wir ja gleich gesagt. Ihr auch hier. So, äh. Ach, wenn man da auf B-Druck sagt, der bitte warten, während er da arbeitet. So, jetzt gehe ich noch hier oben auf Create. Ah, okay, ja. Body-Type. Das war echt mal, also das, ich habe früher mit meinen Freunden, vor allen Dingen auf dem N64, sauviele Wrestling-Spiele gespielt. Und das, äh, das, äh, die Editor hier, die fand ich halt immer super. Ich habe da auch immer viel zu lange für gebraucht. Meine Freunde waren da immer, äh, ein bisschen gelangweilter. Ja, ich muss dazu sagen, das hat mich auch immer an, ähm, das ist bei FIFA und so auch genauso, wo man irgendwie mal erstellen kann. Das war einfach immer unglaublich aufwendig. Skin-Color noch ändern. Ich mache den jetzt natürlich ganz realistisch. Was bist du denn für ein Langweiler? I like my coffee like I like my man. Black and strong. Ich bin da Krebs. Was, du bist hier zu lange in der Sonne. So, meine Augen noch schon einstellen. Thick Bro. Ich bin ein geiler Typ. Das ist aber auch wirklich total geil, dass, äh, dann kein bisschen Musik im Hintergrund läuft, ne? Ne, ach, brauchen wir auch nicht. Ich komme gleich noch, ne? Also. Hi! Ich bin jetzt der Ficker. Oh, die Schatze. Ja, perfekt. Ein Goatty, auf jeden Fall ein Goatty. Oh, aber da ist die Oberlippe dann so bedeckt. Ich habe viel zu viel Spaß an sowas. So, springen wir da mal wieder raus. Ich denke, dass, ähm, auch noch irgendein... Ah! Ein Tattoo. Kommt die denn hin? Sieht man jetzt nicht. Kannst du drehen irgendwo? Oh, es ist am Hals. Mit den Schultertasten geht das. Die Rückmuskulatur sieht auch sehr, sehr gut aus. Äh, ich glaube, ich mache mir dann noch den... Den Aztec? Den Dragon. Auf die Haare. Like a boss. Das ist wahrscheinlich rein rasiert. Ja. So, ich denke, dass, äh, dass der Ficker, äh, nun tatsächlich... Aber kannst du ihm nicht noch Sachen anziehen? Ja, aber wo? Äh, weiß ich nicht. Bei Create war nix. Nö, soweit ich das gesehen habe, nee. Ach doch, Quatsch. Geil, guck mal. Ich war noch bei Head. Ich will so eine Lederjacke. Oder eine Bomberjacke. Aha. Jawohl. Das ist eine Judge Row. Ja, wahrscheinlich gibt es auch das passende Unterteil dazu. Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was die passende Stimme zu dir ist. Hallo, meine Lieben. So, ähm... Du befindest dich jetzt im Band des Fickers. Eigentlich brauche ich keine. Neapads auf jeden Fall. Auf den Knien bist du, glaube ich, viel. So, äh, Neapads. Äh... Beast. Das hört sich schon mal gut an, eigentlich. Nein, das ist nicht mein Style. Hör, guck mal. Double und Dragon. Lustig. Das ergänzt sich gut zu meinen Handschuhen, finde ich. Mhm. Und ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich finde, das sieht super aus. Oh... Kannst ihm noch was auf den Rücken schreiben. Ja. Random? Nein! Und was sagst du denn? Jan. Woher fehlt dir denn das Verständnis, was ein Random Racken ist? Ich dachte... Ich dachte ganz ehrlich, ich könnte doch eben was Ungewöhnliches dazu packen. Ähm... Wisst ihr was? Wir, äh... Wir springen einfach nochmal dahin, dass du den gemacht hast. Ja, in der nächsten Folge, äh, könnt ihr sehen, wie wir, äh, unsere, wie unsere Kämpfe aussehen. Ne, ne, das, äh, wir springen einfach kurz weiter, bis du fertig bist. Okay, machen wir so. Aber, äh, dann können wir in der nächsten Folge doch damit anfangen, wie du deinen baust. Genau, machen wir so. Alles klar. Also, dann sehen wir uns, äh, in der nächsten Folge wieder. Danke soweit fürs Zubuchen beim Nichtspielen. Aber es gehört ja mit dazu. Ihr wisst ja, wie das ist. Das ist der beste Teil. Ja. Wir sind eure Freunde, die immer viel zu lange brauchen, ja. Vor allen Dingen, ich möchte einfach nur, dass du ja jetzt noch Spaß hast, weil nachher wirst du ja die Fresse poliert bekommen. Ooooooh! So, nach nur wenigen Minuten Wartezeit, äh, ist, äh, der Fickex, Express, könnte man sagen, doch noch fertiggestellt. Look at him. So sieht der aus. Mmh, nice. Also, äh, also, äh, an deiner Stelle würde ich, äh, die großen, großgewählten Worte von vorhin doch nochmal zurücknehmen und mir nochmal überlegen, was ich dann mit dir anstelle. Aber wir werden ja auch in der nächsten Folge sehen, was du baut. Also, erstens, das kommt ja jetzt noch her, es kommt erstens ja darauf an, wie, was für einen Dermskill ich halt hab. Und zweitens, was gleich für ein, äh, ich möchte schon sagen, äh, Berserker auf dich zukommen werden wird. Ich bin sehr gespannt, ob Philipp es schafft, seine Mutter nachzubauen. Bis zum nächsten Mal, äh, alles Gute. Euer, ja, guter Jan. Und der... Tschüss!